Und los geht's für Marcel Meier, Till Steinfurt, Felix Wolter und Rick Tham. Und schaut mal, Till Steinfurt, der will's hier wissen, ganz nah dran, am starken Felix Wolter und an Rick Tham. Beste erste Hälfte des Rennens von Till Steinfurt, aber kann er das durchstehen? Hält er das jetzt durch? An der Seite von Rick Tham mit Ratinger Unterstützung. Jetzt werden die Beine schwer, aber ihr helft, dass es bis ins Ziel geht. Rick Tham mit 47,25 und das wird eine fette neue Bestleistung für Till Steinfurt. Bisher in seiner Karriere noch nie unter 48 Sekunden geblieben. 47,24, nur zwölfhundertstel über Bestleistung von Rick Tham. Tolles Rennen, wurde hier richtig gefordert von Till Steinfurt. Und Till Steinfurt 47,38. 37,38.